Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir suchen hier jetzt mal für die Handschuhe den Generals Provision Store. One Hands General Provisions, genau. South West. Okay, ausnahmsweise mal nicht East. South West, das finde ich gut. Jetzt wahrscheinlich auch nur zwei... Okay, da waren ja auch nur zwei Stores. Hoffen wir, finden wir den gleich. Hier irgendwo. Ja, das ist die Magier-Gilde. Ja, das ist die Magier-Gilde. Ist nicht das, was wir brauchen, aber... Ist ähnlich genug. So, Equipment Store und hier. Ah. Perfekt. Oh. Da drinnen ist es. Warum verstecken die das immer so beschissen? Die ganzen Stores. So, der müsste jetzt dann hier... ...Armor haben. Äh... Ebony Gauntlets of Levitation. Ja, da haben wir so. Na warte, dann können wir ja... Wir haben jetzt die Ebony Gauntlets of Levitation, dann können wir die Plate Gauntlets verkaufen. Ja. Ja. 33 Gold. Ist mir egal. Da haben wir jetzt zumindest die Ebony-Dinger. Ah, guck mal. Schwarz-Gold, wie geil das aussieht. So. Dann heißt es für uns jetzt fürs nächste... ...nach, äh... ...nach Hammerfell... ...nach Tarnet. Tarnet war... Genau. Hier war Tarnet. Vier Tage, die wir das brauchen. Dass wir da sind. Und jetzt wieder Nacht. Natürlich. Es geht nur nachts. Wir kommen nur nachts irgendwo an. So, ich dachte schon. Was ist jetzt los? So, dann können wir die hier wieder wegsetzen. Dann holen wir uns ein Zimmer. Get a room. Single. Eine Nacht. Genau. Ja. So. Da sagt die Uhr. Die Uhr. Okay. Sagen wir mal. Wir pennen nochmal vier Stunden. So, 8 Uhr 48 am Morgen. Ach, da ist die Tür. So. Wo ist denn der Ausgang? Ja, ich hab's jetzt wieder unnötig kompliziert gemacht, um hier rauszukommen. Da bin ich sehr, sehr gut immer dabei. So, dann müssen wir hier The City State Accountaments suchen. Und bestimmt weiß die junge Dame da hinten, wo es ist. So, die junge Dame sagen, was in the City State Accountament. Eh? Ah, The City State Accountament. West of here. Also da dann. Ich hoffe, das ist der hier. Komm bitte, lass es der hier sein. The City State Accountament. Da sind sie. Da sind sie. Dann müsste ich hier die Ebenertschuhe sein. So. Bei. Armor. Genau. Und dann Ebony Boots of Agility. Genau. 25.700. Ja. Dann können wir unsere Boots hier verkaufen. Die Plate Boots. Genau. Ja. So. Ach, wie geil das jetzt aussieht hier. Alter, wie stark das auch mittlerweile ist. So. Dann nur Graves. Und, äh, die Pauldrons. Und, äh, die Pauldrons. Ja, das war's dann eigentlich. So, nur noch die, äh, die Pauldrons und die Graves. Also die Schuhe, äh, die Hose. Und, äh, den linken Schulterstück finden wir einen Windhelm. Warte mal, wie viel Geld haben wir? Noch 18.969. Und der in Windhelm kostet 31.500. Wir könnten mal vielleicht zwei, drei Quests fürs Königshaus machen. Oder wir gehen noch mal, wie nach Somerset Isles, in den Crystal Tower. Dann würde ich hier noch mal ein Save Game machen. Auf die I1. Dann können wir, na warte mal, bevor wir irgendwas kaufen gehen, gucken wir mal nochmal, wie viel haben wir hier noch, äh, Potions. Da haben wir nur noch 35. Also 65 müssen wir nachkaufen. Dann suchen wir uns mal die Magier-Gilde. Die hier irgendwo sein muss. Die sieht sehr stark nach Magier-Gilde aus. Ja, das heißt nach Osten. Ja, kommt. So. Ja, das heißt nach Osten. Bitte sagt mir, das ist, das ist ein Tempel. Und ist das? Okay, ist doch kein Magier-Gilde. So. Wie ist es? Also, ich bin auf dem falschen Ding. Ja. Kann den besten passieren. Dann entdecke ich mal hin. Nee, ist auch nichts. Dann wo haben die hier die Magier-Gilde? Irgendwo müsste so ein Gebäude sein, das aussieht wie so ein Stern. Oder wie so ein Mond. Ich habe keine Ahnung. Da fragen wir irgendwelche Passanten. Wenn wir mal einen sehen. Da haben wir welche. Ey, du, da ist hier geblieben. Hierher, komm. Du, sag mal, wo ist denn die Magier-Gilde? No, I might be wrong, but I'd look north of here. Norden. Okay, wo könnte die jetzt gemeint sein? Er ist hier geblieben? Ja. Du, sag mal, äh... Genau, Magier-Gilde. North of here. Gehen wir nach weiter Norden. Okay, wo könnte dann wirklich die... Ach, hier. Haben wir sie gefunden. So, dann suchen wir mal uns einen Herrn-Zauberer. Da haben wir einen. Und noch ein paar Potions. So, Peeling, genau. Äh, 6.5. 3.250. Ja, geht in Ordnung. Wir können auch später noch mal nach Hammerfeld. Äh, nach Skyrim. Nach Windhelm. Können wir doch vielleicht hier mal nach High Rock gehen. So, was wäre jetzt das Nächste? Hier, Raidenspring, glaube ich. Wohl. Ne, lass mal doch nach Daggerfall. 21 Tage. Geht in Ordnung. Dann können wir hier mal nachfragen. Wegen, äh, Krypta der Herzen. Wo das ist. Das ist aber echt doof, dass wir immer irgendwie in der Nacht hier ankommen. Okay, keiner hält mehr an. Hat er Gold? Hat er Gold? Kann er nicht anklicken gerade. Kann ich den anklicken? Ja. 34 Gold. Kann ich den jetzt anklicken? Ja, jetzt kann ich. 40 Gold. Du, sag mal, wo ist denn bitte der Nächste in? Äh, South of here. Okay, Dankeschön. Äh, also diesen Weg. Äh, einfach mal so'n Magier. Äh, einfach mal so'n Magier. Ich hab's in der Nähe von mir, da wer reinfällt. Hier, ich hab's die noch mal so'n Magier. Wir müssen mal die Prozedurierten fragen, wenn wir eine finden. Die sind immer in der Nähe einer Taverne. ganz schnell ja Alter, wo ist denn jetzt eine Taverne? die braune Taverne du, sag mal bitte äh, ne, ne, er ist da in kann sie mir da helfen? ist doch hier okay, da lang egal kann doch nicht sein, was ist? äh, nochmal hier 29 Gold Digga warum kommen die hier jetzt auch noch hin? Feel True und Fielding Alter jetzt kommen auch die Viecher hier einfach so rum dabei brauche ich nur eine Taverne aber ernsthaft, warum muss es immer nachts sein, wenn wir hier ankommen? in irgendwelchen Städten ich glaube, wir müssen da rein dahinter dass hier irgendwo hinter eine Taverne versteckt ist oder vielleicht auch doch nicht oder hinter den Busch kannst nur hoffen ja, wir haben eine gefunden geschafft das ist interessant aus das ist wirst find any better ale in Daggerfall than hier at the devils cutlass mersendie why why don't you talk to that little fat guy he is the bartender grabe mit dir reden grabe mit dir? talk to the bartender, Nord he is the only one at the devil's cutlass with information na, was freundlich hat zum der vergangenen Wald why don't you move closer to the wall that's already plastered ok was ist die? you seem like a nice nice enough Nord why don't you run along now? was ist der? you seem like a nice enough Nord why don't you run along now? ok, dann nicht so, wir wollen jetzt ein Zimmer haben Single Zimmer, wieder reichen eine Nacht, genau danke schön ja, 10 Gold hier, bitte so, was sagt die Uhr? Uhr dann sagen wir mal 9 Stunden wieder ausreichen was sagt die Uhr jetzt? 8.31 ne, wir wollen nicht nach oben wir wollen hier raus oh, ist nebelig so, dann müssen wir mal hier die Leute nachfragen hier, äh, über Crypt of the Hearts I don't know much about Crypt of the Hearts but something about it was mentioned by a traveler from Camlorn maybe you should look there maybe you should look there Camlorn müssen wir hin ok wo wir sind Camlorn ach da, Camlorn ok 6 Tage würdet's brauchen komm auf nach Camlorn bitte ist nicht wieder Nacht ok was sagt denn die Uhr? 4.37 so, guten Tag äh Crypt of Hearts, genau I would not wish to travel there legend or not I did hear however that the Brotherhood of Seth found clues to the location in the crypt in the mines of Kuras you might want to go ask the priest for more information äh Brotherhood of Seth ok dann where is Temple Brotherhood of Seth now I might be wrong but I'd look southwest of here ok ich guck schon mal auf jeden Fall in die richtige Richtung du guter Herr sag mal äh Brotherhood of Seth suche ich du weißt bestimmt wo das ist ok ok noch ein bisschen weiter ich muss die jetzt auch langsam finden oder so ich mir rat dass er hinter ihm ist jo der zeigt mir das drauf ha alles klar genau das hinter ihm wenn die mir helden so mal gucken was der hier sagt I welcome you to the Brotherhood of Seth Max Deus what of your inquiries concerning the Crypt of Hearts has come to my attention I am Halfas Barn senior brother of this temple I would godly help you on your quest but direct times are up on us one of our brethren Barnabas of Thetis went mad raving that the emperor had been captured he insisted that only something called the Staff of Chaos could free the emperor from his fate naturally we did not believe him he was ever one live in fanciful dreams instead we tried our best to soothe him talking to him of brighter happier things we thought he was fine yesterday afternoon he went berserk and killed Brava Martinus then fled from the temple with him he took a scroll that he claimed would help him to find a piece of the missing so called Staff of Chaos I feel he has gone to the Mines of Kuras the place where he claimed the map said he would find his first clue what he doesn't realized is that the map of Karius was originally found in the mines part of the inscription on the map is a code that we planned to use to disappear the location of the Crypt of Hearts from the Elder Scrolls without that map we haven't a chance if only there was a way to recovering the map but the mines of Kuras are too dangerous poor Brava Barnabas has surely perished by now I will tell you how to get to the mines there you can search for the map or Brava Barnabas I think it unlikely that you will find aether but there is always a slim chance if you return to me with the map I will tell you the location of the Crypt of Hearts it is a fool's errand but such is your only home you wish to search the mines natürlich I thought you would decline faced with the danger of the mines lava pools and fire pits are scattered without it's scorched Corridor ist das so schwer zu lesen gerade wirklich tut mir echt leid wenn ich mein Englisch so verkacke aber ist gerade echt schwer zu lesen you must find something to protect you from the heat of its fires hopefully you will find both Brava Banos and the map no matter the mines of Puras are located near Kamlorn if you find the map return here to the Brava Hood of Seve I will tell you the location of the Crypt of Hearts Brava Halfas Gistus Gistars and you see on your map the location of the mines of Puras magically appear ok das heißt Krypta der herzen müsste hier also beziehungsweise noch nicht aber dieser eine kollege mines of Kuras der der kennt die wahrheit der weiß ganz genau dass hier dings äh moment mal black martian morrow fehlen noch und imperial province obwohl hier gibt es ja nicht vier oder nur imperial city äh it will take 24 days to travel here the total is 1140 kilometer you should arrive by luredust of sand dust da wollen wir noch nicht hin da wollen wir noch nicht hin aber hier dieser kollege da der der total recht weil er weiß ganz genau was abgeht wir suchen jetzt aber erstmal die magier bilde eigentlich nicht können eigentlich schon direkt da los wollen wir schon da hin hier in die mine auf kuras drei tage würde es brauchen lass mal hin hier machen wir auch noch mal ein safe game auf die 1 und alles klar ich glaube hier müssen wir ganz vorsichtig sein hier können wir nicht einfach mal so schwimmen gehen aber ich finde es auch interessant dass die laba ist zwar am glühen aber ich hier die kaum was beleuchtet wir haben hier schon mal ist ja okay ihr könnt pause machen wenn ihr das lesen wollt sage jetzt mal so das zu lesen müsste ich jetzt wahrscheinlich selber meine eigenen videos ansehen unglaublich da kommen wir nicht durch das heißt wir müssten da lang nein nicht in die laba springen nicht in die laba die haben mich jetzt echt erschrocken die spinnen man hat die weder gehört und die waren auf einmal direkt vor mir gespawnt äh scratched into the wall here is a strange message the secret of the staff is mine the wick shall the writing ends abruptly as if the writer was suddenly interrupted hier bleibt uns nichts anderes über als zu springen mal schauen was es hier gibt es ah genau jetzt gucke ich auch noch auf die map rechts bin wir gehen hier mal rein alter wie viele ratten jetzt kommen waren aber sehr viele ratten gegnern zahlt wird auch immer mehr hier 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 schilding genau und hier oh nein hier tru ist vorbei oder oder schilding ist vorbei und der eine hat er gesagt gehabt so von der dingens vom equipment store er muss nicht repariert werden und jetzt hier seht ihr das oh gold und longsword also der hat mich übelst verarscht hier der eine hier wirklich weiter geht es jetzt auch nicht wo ich hier bin ne hier auch nicht aber da hinten gab es doch auch irgendwo jetzt so eine art weg meine ich gesehen zu haben genau da wo man drüber springen muss irgendwo da bin ich schon dran vorbei ne gleich da vorne komm ein bisschen noch jetzt nicht die laber fallen ja so und jetzt shift j haben wir es geschafft er hat nichts ich habe jetzt angst wenn ich da jetzt darüber springe wir machen hier ein kleines save game auf die zwei und dann los ah geil wir haben es geschafft wir haben es geschafft wieder ein homunculus was war da was drinne ne ok hier geht es auch nicht weiter ich habe das komische gefühl warte mal wir springen mal darüber und dann hoffentlich können wir bis da hinten hin springen und oh geil ja hat es geklappt auch noch was irgendwie dass wir bin mir nicht sicher aber ich würde sagen in der nächsten folge machen wir weiter vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin es euer max deus und ciao oh Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020